Einheit mit Vielfalt Wenn man glaubt, man müsse eine Wahl treffen zwischen Monismus, Advaita und Theismus, Twaita, dann befindet man sich bereits in der Dualität, welche nicht alles zu umfassen vermag. Die spirituelle Wirklichkeit kann beide Aspekte miteinander auf eine Weise verbinden, dass es als Hinweis auf eine ganz andere Wirklichkeit verstanden werden kann. Innerhalb der weltlichen Vielfalt dieser Welt gibt es nicht Koexistenz zwischen den widersprechenden Gegensätzlichkeiten. Sie lösen sich auf. Advaita bedeutet nicht exakt Monismus, aber nicht Dual. In dieser Welt erleben wir Einheit und Dualität. Advaita bedeutet weder noch. Es weist auf eine höhere Wirklichkeit hin, in welcher die Gegensätze in einer umfassenden Einheit zusammenfallen. Es ist eine Koexistenz, die sich nicht gegenseitig auflöst, sondern bereichert. Das ist die harmonisierende Qualität der absoluten Realität. Dann braucht man nicht irgendwelche Aussagen der Vedas zu betonen und andere zu bekämpfen, sondern erkennt, dass in der Gegensätzlichkeit der verschiedenen Aussagen nur auf eine höhere Harmonie hingewiesen wird. Diese Ganzheit ist für den Verstand nicht zu fassen. Wenn man das Heilige mit den eigenen Vorstellungen überlagert, resultiert nicht die Wahrheit daraus, sondern die eigene Vorstellung der Wahrheit. Die eigene relative Erfahrung des Absoluten darf nicht verabsolutiert werden, denn das wäre die Stagnation der inneren Entwicklung. Die Advaita-Erfahrung ist Vielheit ohne Konflikt, Einheit in der Zweiheit, das ist die Liebe. Die absolute Wahrheit ist Advaya, nicht dual, nicht zweihhaft. Das bedeutet, dass es in ihr keine Dualität gibt, dass sie nur eins ist, Unio und Communio, Einheit und Beziehung. Eine Einheit, die auch die Vielheit in sich integrieren kann und in der sich die Gegensätzlichkeiten ergänzen. Die höchste absolute Wahrheit hat transzendentale Gestalt, Eigenschaften und Charakter. Da sie nichts zu tun braucht, da alles nur von seiner Itcha-Shakti, seiner Wunschkraft, geschieht, spielt sie. Dieses dramatische Liebesspiel des letztlichen Bewusstseins nennt man Lila. Die heiligen Schriften beschreiben dies, um uns die Faszination der Wirklichkeit zu vermitteln. Krishna, die absolute Wahrheit, spielt in Vrindavan wie ein Kind. Seine Freunde beklagen sich bei Yashoda, da Krishna Erde gegessen habe. Sie kommt und bezichtigt ihn. Er, der die Ursache von allem ist, der selbst von der Angst in personifizierter Form gefürchtet wird, ist nun wirklich ängstlich vor seiner Mutter. Mutter Yashoda will Sri Krishna von der Erde befreien und bittet ihn, seinen Mund zu öffnen. Und erblickt in ihm Millionen von Universen, die gesamte Schöpfung. Das ist die Bedeutung von Advaita, nicht dual. Diese höchste Wahrheit ist eine Person und in ihr existiert keine Dualität. Es gibt in ihr keinen Unterschied zwischen innen und außen. Von ihr gehen alle Universen aus und zur gleichen Zeit sind sie auch in ihr. Bhagavad Gita 9.4 Seine nicht-duale Gestalt vereint innen und außen. Er ist ein Wesen ohne Dualität. Yashoda aber ist geblendet von ihrer elterlichen Liebe, Yoga Maya, und denkt, Krishna sei unter dem Einfluss von einem Geist und ruft Brahmanas, um dessen Geist auszutreiben und um Krishna zu beschützen. Sie denkt, dass aufgrund dieses Einflusses ihr Kind so unruhig sei und deshalb von Haus zu Haus schleiche und Butter stehle. Krishna hat überall in Vrindavan Butter gestohlen. Seine Mutter hat ihn einmal dabei erwischt. Krishna hat sein wunderbar schwarzes Gesicht noch voller Butter und ganz ängstlich sagt er, O Maya, ich habe keine Butter gestohlen. Äußerlich sieht es so aus wie eine ganz gewöhnliche Alltagsszene in einem indischen Dorf. Eine Erzählung, die da seit Generationen erzählt wird. Aber da Krishna die höchste Wahrheit ist und auf Erden spielt mit seinen ewigen Beigesellen, ist darin die tiefste Wahrheit des Vedanta verborgen. Ist es Lüge, wenn Krishna sagt, er hätte keine Butter gestohlen? Alles kommt aus der absoluten Wahrheit aus und ihr gehört alles. Man kann nicht stehlen, was einem selbst gehört. Das ist Advaita, nicht Dualität. Das Zusammenfallen aller Gegensätzlichkeit. Die Lüge wird Wahrheit. Krishna spielt mit unzähligen Kuhirten in den Wäldern Vrindavans. Er spielt auf der Flöte und sein Wesen ist nur Lieblichkeit, Romantik und Schönheit. Alle Eigenschaften, die einen in der zeitweiligen Welt anziehen, haben ihren Ursprung in der Wahrheit. Mit all seinen Kuhirtenfreunden sitzt er nun im Wald von Vrindavan. Sie lachen miteinander und essen. Jeder von den Millionen von Freunden denkt, Sri Krishna sitze direkt vor ihm und er spreche direkt mit ihm und teile mit ihm die Nahrung. Ein Freund sagt zu Sri Krishna, bitte esse auch von diesem Samosa, welches meine Mutter wunderbar zubereitet hat. Und steckt es Sri Krishna in den Mund. Alle von den Kuhirten haben diese Erfahrung. Das ist die Bedeutung von Advaita. Die Wahrheit ist unlimitiert und muss deshalb auch allgegenwärtig, alldurchdringend sein. Aber in seiner Unbegrenztheit ist sie auch individuell. Wenn man sie nur überall und alldurchdringend wäre und nicht auch gleichzeitig lokalisiert, dann würde ihr ein Aspekt fehlen. Das Unbegrenzte muss also gleichzeitig beide Aspekte umfassen, sonst wäre es limitiert. Die Erfahrung von Form in der physischen Welt ist immer nur an einem Ort begrenzt und limitiert. Aber in der Transzendentenz koexistieren gegensätzliche Eigenschaften. Aus diesem Grund sitzt er mit Millionen Freunden zusammen und jeder erfährt, dass er direkt neben ihm sitzt und eine intime Beziehung mit ihm hat. Das ist Advaita. Krishnas Gestalt ist allgegenwärtig. Sie kann immer und überall geschaut werden. Eigentlich ist es nur aufgrund seiner äußeren verblendenden Kraft, der Mahamaya, zuzuschreiben, dass er einer Seele, die von ihrem Recht auf Unwissenheit Gebrauch machen möchte, die Ausblendung seiner Gestalt schenkt. In den theologischen Systemen findet man immer die soziale Struktur des Patriarchats, in das Gottesbild hineingewoben. In Klammer Gott ist der Vater. Es existiert so viel männliche Dominanz im Gebiet von Theologie. Aber warum sollte Gott männlich sein? Das Bhagavatam erklärt, dass die absolute Wahrheit auch weiblich ist. Die Mann-Frau-Dualität ist ein fundamentales Prinzip, das fast die gesamte materielle Existenz durchdringt. Da diese Welt eine Spiegelung der Wirklichkeit ist, muss dieser Aspekt auch im Ursprung seiner Grundlage einen Grundentwurf, seinen Archetyp, aufweisen. Die Veden offenbaren Radha und Krishna als die absolute Wahrheit, die sich ewig in zwei geteilt haben und Einheit in der Liebe erfahren. Diese Einheit wird Prema Bhakti genannt. Der Schimmer dieser Erfahrung, der nicht-dualen Welt, ist auch hier erfahrbar als Bhakti-Yoga, in der liebenden Hingabe zu Gott. In Radha und Krishna existiert eine Einheit, obwohl sie zwei sind. Das ist Advaita. Wenn Krishna Vrindavan verlässt und Radhika in den Wäldern Vrindavans weinend zurückbleibt, dann erinnert sie sich an das wunderbare Lächeln Krishnas, wie er singt, wie er so bezaubernd auf der Flöte spielt und alle bewegenden und nicht-bewegenden Lebewesen damit betört. Vögel und Bäume sind absorbiert in Trance. In den Trennungsgefühlen absorbiert, in die Erinnerung an Krishna, spürt Radha plötzlich ganz, ganz sanfte Hände, die ihren Augen bedecken. Ist es Lalita oder Vishaka? Nein, ich bin es. Und Sri Krishna steht direkt vor ihr. Radhika kann es noch nicht glauben. Und Krishna wischt ganz sanft mit seinen eigenen Pitambara, in Klammer, Krishnas gelben Doti, ihre Tränen ab. Wieso weinst du? Ich werde dich nie verlassen. Im nächsten Moment verschwindet dieses Spurti, Vision, und Radhika fällt bewusstlos zu Boden. In dieser Welt sind wir mit einer Person zusammen oder getrennt von ihr. Trennung wie Pralamba und Begegnung Samboga sind nie gleichzeitig. Aber in der Transzendentalen Sphäre gibt es keine Dualität darin. So gibt es Begegnung in Trennung, Prema Vivarta, und auch Trennung in der Begegnung, Prema Vajjitya. Das ist die Erfahrung von Advaita, nicht Dualität. In dieser Welt ist Klang und Form voneinander verschieden. Durch Klang ist die Form nicht direkt erfahrbar. Aber absoluter Klang, der heilige Name Gottes, vermag alle Wahrnehmung zu vermitteln. Berührung, Geruch, Geschmack, Begegnung und Beziehung. Aus diesem Grund ist die Erfahrung der Transzendentalen Wirklichkeit in dieser Welt zugänglich durch das Medium von spirituellem Klang. Durch die Absorption in den heiligen Namen erweitert sich dieser in die Gestalt der absoluten Wahrheit, in den Geruch des Absoluten, in das Flötenspiel des Höchsten. All das ist erfahrbar durch nicht-dualen Klang. Der heilige Name Gottes. Das ist die Erfahrung von Advaita. Erst wenn man wirklich die ontologische Position Gottes versteht, wird es aus dem Lila ein transformierendes Ereignis. Ohne dieses Grundverständnis bleiben es Geschichten, die aus dem weltlichen Standpunkt ausbetrachtet, nicht einmal sehr spannungsgeladen sind und nicht einmal eine Moral, eine Lehre für eine neue Lebensgestaltung vermitteln. Das ist die Erfahrung von